Wenn ich die Augen schließe, sehe ich eine Welt, in der alle Menschen gleich sind. Eine Welt ohne Sektoren. Es gibt keine Missgunst und kein Neid. Niemand muss kämpfen. Nicht um sein Leben, nicht um Besitz, nicht um Gerechtigkeit. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Camp willkommen. Die picken sich nur die Leute raus, die in ihr System passen. Nur die Besten von euch werden einen Platz an einer der fünf weltweiten Ruhrwald-Universitäten ergattern. Deine Zeit heute Morgen auf dem Laufband war ein neuer persönlicher Rekord. Weiter so. Wir werden jeden von euch einen Sender unter die Haut indizieren. So können wir euch jederzeit im Gelände lokalisieren. Im Wald sind Kriminelle gesehen worden. Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben, die verstoßen damit gegen das Gesetz. Ich habe euch gesehen. Der Kontakt mit denen ist verboten. Kein Wort. Zu niemandem. Du alleine kämpfst gegen uns alle. Meine Jungs, glaubt man, dass man die Welt verändern muss. Komm, irgendwo hin, wo man nicht perfekt sein muss. Wo soll das sein? Müssen wir suchen. Kennst du das Mädchen? Du bist eine Illegale. Eva! Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt wie so ist. Jede Schwäche wird gnadenlos bestraft. Wenn ich die Welt wie so ist. Ich bin die Elite, die diese Gesellschaft führt. Wenn ich die Welt wie so ist. Ich will zu dir. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt wie so ist. Nein! Verloben und kalt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich schuldig fühlt? Macht sie das zu einem besseren Menschen? Nämlich darum, euch gegenseitig umzubringen. Und es heißt Battle Royale.